ja und damit ein herzlich willkommen zu der ort vier liebe freunde schön dass ihr wieder einschaltet mein name ist ein lp und wir machen jetzt weiter und zwar wir brauchen zwei schrauben damit wir artillerie bauen können bei der burg ja wo sind wir jetzt südposten militärkontrollpunkt entdeckt was war das ist das ich glaube da braucht jemand hilfe ach du gott oh shit oh shit oh shit alter alter wieder weg geflogen ist fängt ja super an hier gunner tut mir leid hübscher lady aber du musst stehen legendärer gunner ja super ach du scheiße ja 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 also ja 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 schnalldeck ong Ah, jetzt aber. Tschüss. Ah, jetzt geht's. Das weiß ich zu schätzen Vielleicht kommen ja noch mehr Okay Oh was hat der denn hier Reduziert den durch robot verursachen schauen um 15 prozent Ja super Was Wenig getroffen Du Vollidiot Naja Gehen wir mal nach oben Oh hier ist auch Leiche Ach du Scheiße Oh 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 Ja ja Welche ist überhaupt stärker hier Hm Hm Okay Wart gut die lüftung läuft aber der generator macht noch schwierigkeiten schaltet sich immer wieder ohne erkennbaren grund ab und dann funktionieren die zu luft ventilatoren nicht mehr wodurch offenbar die falltür vakuum versiegelt wird und man nicht mehr aus dem bunker kommt hoffentlich passiert das nicht noch einmal ich glaube ich habe das problem mit dem generator und der lüftung jetzt im griff vorräte sind auch alle an bord jetzt müssen wir nur noch warten und hoffen dass wir sie nicht brauchen ich habe schen und kimmy vom bunker zählt aber wie erklärt man fünf und siebenjährige kinder ein luftschutzbunker sie müssen nur wissen wo er ist also lasse ich dir einen raum auswendig lernen hinter papas land steht steht ein umgekippter zu hochklettern rein springen das ist schon genug scheint ihnen zu gefallen moment hinter papas land stehen steht ein umgekippter zu hochklettern rein springen ok vielleicht ist das ganz in der nähe oh shit ja 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 medizinische physische schlafspender hm kenn ich ja gar nicht das schloss sieht stabil aus ja ok warte ich kann schlafen gibt es da keinen gegner ach das nick valentine doch endlich speichern alter aber das eine harte kampf nehmen wir mal alles mit ok wo ist denn hier zug ich denke mal irgendwo da ach du gott gibt es hier einen weg nein hier waren wir schon ok hier können wir durch was das das ist eine falle würde ich mal sagen was guckste ach du gott wieder weg fliegt hier alter hier sind die überall leichen krass was haben wir denn hier oben haben wir hier irgendetwas oh nice super mutanten meister rein was verdammt nochmal ja es legen nicht mehr genug leute wert darauf auf ihren prozessor vordermann zu halten aha aha haben wir hier noch was super mutant meister was ist das ist ein fehler das der verstehe ich ich nicht hallo geh mal weg dankeschön so aha ich hoffe wir müssen da rein warte ich weiß aber nein verkackt oder auch nicht hier ist das glaube ich gehen wir mal rein die falltür ist verschlossen wie krieg ich auf ok gehen wir mal hier lang hier ist eine knopf geht doch nochmals ah jetzt ist er offen verstehe sehr schön und so nehmen wir immer mit so noch lang sehr gut geschafft ja warte mal wir sind ja level up noch na guck mal man nachher so noch verdammt warte jetzt wieder nicht was soll das na komm komm na klar jetzt geht das das wärs cool so das können wir lassen weiter geht's nach platz bach ein so Okay. Wohin geht der denn? Wie ist der denn gestorben? Ups. Hahaha. So. Gucken wir mal hier noch ein bisschen. Oh, hier ist überall Blut. Ah, da hat sich jemand schwer verletzt. Würde ich mal sagen. Boah, können wir hier hochklettern? Das wäre krass. Oh shit. Wir schauen uns noch hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch was. Ah, guck mal. Hier ist riesig. Wie komme da rein? Ach. Vielleicht gibt es irgendwo shelter? Ich weiß nicht. Hm. Ach, hier war ich doch. Wie krieg ich das auf? Weiß ich nicht. Hier ist so eine Kabel. Die geht von hier aus. Da hinten. Moment mal. Ach da. Gut. Ich verstehe. Okay, hier bin ich schon. Ähm, wo war das? Okay, lass mal hacken hier. Ah, sehr gut. So. Wo ist die Scheiße? Hey? 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 Hey! 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 das nehmen wir auch mit mann wo ist das wieder war das hier hinten könnte auch sein ach da vorne ist das man mann 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 was ist das denn für ein gestank keine ahnung Gleisgewehr was ist das denn ups warte mal alter ist das krass hohoho was haben wir hier noch nichts big jones safe schlüssel oh guck mal die sind hier gestorben sein arm bewegt sich sie lebt oder auch nicht nehmen wir mal mit das waren noch die zwei kinder krass ich glaube die waren 5 und 7 ich weiß nicht ob die immer noch so alt waren wo die begraben wurden so das war's glaube ich hier gehen wir mal wieder raus oh nein na komm dann testen wir mal unsere neue waffe hier ach nee die sind schon wieder gekommen ach du scheiße der typ ist bescheuert dreckiger missgeburt wie schießt er so ist er behindert oder was verpiss dich oh nein oh nein oh nein verdibiert ich hoffe das sind feinde oder was naja geschwächert hab ich ja eh warte mal kein fahrer so unschlecht so unschlecht alter tja dein pisch krass so unschlecht super super über fürs weißt du was frisst das alter wo ist diese komische roboter ist der gut sie sagte mich angegriffen keine ahnung so liebe freundlich wird man sagen wir machen jetzt mit dieser folge hier schluss und in der nächsten folge geht es natürlich weiter schön dass ihr da wart und bis zum nächsten mal